ja herzlich willkommen zu dem ersten video vom europäischen nordmeer von norwegen wir sind jetzt hier auf der karte ja und ich will euch jetzt als erstes erstmal die ganzen gebäude zeigen den shop zeigen was gibt es alles neues und danach werden wir hier ein bisschen im fjord angeln im zweiten video im dritten video werden wir denke ich mal ein bisschen auf heilbutt und kabeljau gehen und im vierten video gehen wir hier oben noch mal hin ein bisschen auf rotbarsch und also ja also kleineres kleinere fische aber der heilbutt bereich den habe ich hier halt geangelt der ist wirklich super aber dazu später mehr ja wir sind jetzt hier quasi am neuen gewässer hier ist die bootstation können wir gleich mal gucken zum beispiel ein zwei tages ticket kostet 179 silber also ungefähr so der preis wie am ladoga archipel dann gibt es halt noch drei tages ticket und fünf tages ticket das sind so erstmal die boots preise dann gehen wir erstmal weiter hier vorne ganz wichtig für euch haben wir die verwaltung bei der verwaltung könnt ihr euch einmal hier die map kaufen und wenn ihr bock habt könnt ihr euch hier meeresangeln für dummies kaufen ja also kann sein dass das auch noch mal umbenannt wird wie gesagt wir spielen hier die test version noch also es ist noch nicht die release version ich bin jetzt hier quasi auf dem presse server dieses meeresangeln für dummies das steigert sofort eure euren meeresfischen können wir gleich mal noch mal näher darauf eingehen auf 30 prozent also ihr fangt bei meeresangeln das ist ein extra baum fangt ihr bei null prozent anfangen alle alle fangen bei null prozent an und die könnt ihr halt entweder für 9.985 silber oder fünf gold könnt ihr dann auf 30 prozent steigern weil das meeresangeln wie gesagt ist ein komplett neuer baum die anderen skill punkte hier die werden wahrscheinlich zurückgesetzt weil es jetzt einen neuen skill baum gibt so dass ihr eure punkte dann neu vergebt am besten macht ihr euch hier noch mal screenshots wo ihr hier was gespielt habe wo ihr hier punkte ausgegeben habt der meeresangeln baum ich habe jetzt mal alles gespielt was es gibt sind 38 punkte stationär rolle habt ihr wahrscheinlich eh schon gespielt dann gibt es hier noch die convention rollen die kleinen und die großen einige von euch haben das ja auch schon gespielt also das müsst ihr da nicht skillen da habt ihr schon mal zehn skill punkte gespart von den 38 und das andere sind halt die montagen also ihr fangt hier zum beispiel an mit null prozent mit der stationär rolle mit der pilg gute und mit der pilg montage danach schaltet man quasi andere montagen frei hier zum beispiel das könnt ihr dann zum beispiel viel nutzen beim pöken zum beispiel ne also ich schalte dir quasi immer mehr freien zusatz haken und sowas alles mit 30 prozent ich sehe zeit nicht genau wie viel prozent das hier hat ich weiß nicht wie viel schon mit 30 prozent habt wenn ihr euch das buch jetzt gekauft habt dann seid ihr ja hier schon ein bisschen weiter ja das ist quasi der skill baum dazu würde ich später vielleicht noch mal näher darauf eingehen wie gesagt am anfang hat man halt die pilg route jetzt gehen wir erst mal den shop würde ich sagen hier ist noch mal die werkstatt da ist jetzt nichts neu übrigens ihr habt auch kann ich euch mal zeigen also ihr habt jetzt hier kein cashier mehr sondern immer gerade ob man das hier ich muss mal gucken irgendwo auswerfen kann durch das mal zeigen weil ihr habt jetzt hier kein cashier mehr ihr habt jetzt hier ein haken doch hier ach doch hier habt ihr auf dem boot habt ihr den haken okay dann zeige ich euch das noch mal vom boot aus das kann ich euch ein gemüse euch das gleich mal auch wir haben gleich ein bisschen das ne was sagen gehen mal kurz aufs boot ich will das euch das mal zeigen dass ihr das gleich mal gesehen habt ihr habt so ein gaff nennt sich das das war sie so ein haken womit ihr die fische dann landet gehen wir hier zu dem boot mal kurz runter so startet erst mal das echolot das jetzt auch neu also gerade der rechte bereich hier mit denen mit den genauen tiefen ist mega ich mache kurz aus ich mal kurz ans ende jetzt bin mal gespannt ist das ist der cashier mal jetzt mal aus hier habt ihr den haken genau ihr habt jetzt den haken also das ist jetzt quasi das meeresfischen halt neu vom ufer aus habt ihr gesehen haben wir jetzt den cashier und hier vom boot aus haben wir den haken halten so wie das ja auch realistisch ist hier seht ihr auch zum beispiel die neue kleidung schon mit dem gelb schwarzen anzug weil wir gucken dass wir hier wieder ans ufer kommen kurz motor starten hier aber ganz langsam gas geben weil ich wieder stehe als motor ausstellen eigentlich müsste anker noch naja ich steig jetzt mal aus oder sollten wir eigentlich hier heute wieder an land so da gibt es mal einen shop endlich ja man muss ja es war alles so ein bisschen bisschen gucken hier wie das alles ist so jetzt gehen wir an den shop rein leute jetzt gehen man den shop rein also ihr habt jetzt hier neuen reiter meeresdeckel ganz wichtig noch mal die pilg routen und die die boots routen die hier kaufen könnt die funktionieren auch nur hier an diesem gewässer die gehen an den anderen gewässern nicht aber durch sich viele fragen denn auch übrigen also die pilg routen da kann ich euch zum beispiel gleich am anfang eine empfehlen hier die queen ocean queen mit 420 gramm das ist die route die am höchsten wurfgewicht habt weil am anfang müsste ja quasi mit der pilg routen angeln es kostet 6.695 silber der preis übrigens hier an dem gewässer ist 100 prozent also wie die volcho also ist günstig kann ich euch hier zum beispiel noch mal am beispiel der wenger zeigen oder der tagara das hier der normale preis ist für 20.700 für die tagara und für die wenger der alte preis 32.721 ihr seht hier zum beispiel auch schon salzwasser beständig ja also das heißt dass ihr quasi weniger oder also wenn die salzwasser beständig sind dass ihr den normalen verschleiß habt andere rollen zum beispiel sage ich jetzt mal die kaliber hsv die ist nicht salzwasser beständig wenn ihr die hier nutzt ist der verschleiß natürlich höher so was ist welche routen welche rollen sind jetzt alle salzwasser beständig wir haben jetzt hier alle diesen blauen haken hier zum beispiel zayman z die admiral zayman p die zayman commander und dann gibt es ja noch neue rollen die sat azimut und die sat azimut blue das sind quasi neue rollen ich glaube es jetzt nur die farbe unterschiedlich 21.599 27,2 kilo zehntausender spule jetzt können wir mal gucken mit den metern 317 meter ist jetzt nicht riesen spule kost genauso als nur die farbe und die farbe glaube ich unterschiedlich hast du die farbe na ja gut die blaue ist auch mal schicken ich weiß gar nicht wie sieht jetzt hier aus ja gut würde ich vielleicht lieber die blaue nehmen so denn die tagara ist salzwasser beständig doch die bank habt ihr schon gesehen die bestia salzwasser beständig aber auch nur hier die 6000er und 8000er größe okay also sieht man halt von den größen her ok ok die wenger uns anguckt alle drei salzwasser beständig hier ist die neue rolle die ist sehr interessant dies jetzt auch hier die groß größe größe natürlich ein bisschen teurer wie die wenger eine 30.000 der spule da passen einfach mal hier bei 0,42 mm dicke von der schnur 1486 meter was natürlich interessant ist halt auch gerade für heilboot kabeljau tun für schon die großen fische halt dass ihr genügend meter schnur habt weil ihr könnt mit dem boot es sei denn ihr seid im trolling gang aber ansonsten könnt ihr mit dem boot nicht hinterher fahren ihr könnt auf dem boot auch nur ein route nutzen also ihr könnt da nicht mit zwei oder drei guten gleichzeitig angeln es gibt auch keinen routen halter deswegen ist es halt auch schwierig mit dem boot hinterher zu fahren und wenn ihr halt große fische angelt müsst ihr teilweise halt auch mit bremse zu angeln also anders wüsste ich teilweise nicht also ich habe heute knapp 70 kilo heilboot dran gehabt und ich wüsste teilweise gar nicht wie ich den sonst rausbekommen also weil der einen sonst halt wirklich dann ja leerspurt halten ja und gerade auch beim grünland teil der grünland teil der ist wohl also das so stark und ich glaube tun fisch und schwertfisch ist auch richtig stark das wie gesagt hier die teuerste rolle gibt es noch mal 20.000 10.000 variante 10.000 kostet ungefähr wie die wenger 30,8 33,6 so dann sind wir hier durch mit den angel rollen dann gehen wir jetzt mal leid also low profile ist nicht salzwasser beständig könnt ihr wahrscheinlich trotzdem ausprobieren mal habt ihr ein bisschen erhöhten verschleiß hier bei den beitkars beim schweren beitkars zum beispiel zahlmann spears salzwasser beständig zahlmann ranger zentauri classic rocket jet die sind aus als was er beständig da hat sich aber nichts geändert und gehen wir auf die convention rollen da gibt es jetzt hier zum beispiel die die hamra also diese convention rollen sind alle salzwasser beständig außer diese expressfishing winning bin der troll da glücker hamra 12,7 kilo ja das ist ich jetzt noch die terra ist neu hat aber auch kein zweigang getriebe ja gut kann man vielleicht auch für kleinere fische dann nehmen ja hier ist jetzt noch mal überarbeitet so neu ist jetzt hier auch die orealica 34 kg ist die stärkste rolle im spiel hat aber leider nicht so eine mega schnur fassung also hier müsste wirklich denn ja also es gibt halt equipment was über 200 kilo geht vorfächer die bis 180 190 kilo gehen also ihr könnt hier sage ich jetzt mal bremse zu machen und dann mit einer kraft und bis zu 180 190 kilo angeln wenn ihr dann natürlich hier mit bremse zu denn hier noch mit dem zwei gang getriebe da könnte natürlich gegen den fisch dann gut kämpfen und ja die kostet 78.998 teuerste rolle im spiel soweit ich weiß ja ist die teuerste dann gibt es jetzt hier noch die imperial die hat natürlich mega übersetzung 6,7 die kurbelt dann richtig schnell ein hat hier auch deutlich mehr schnur fassung ist vielleicht auch eine gute alternative wenn man jetzt die borealik gar nicht will auch eine sehr starke rolle 32,6 74.900 und dann gibt es hier die gesagt die triumph normale anderen farbe ja gut wer die triumph schon hat braucht sich darüber glaube ich keine gedanken machen und die gibt es halt nur für gold quasi die alte triumph ja aber ansonsten werde triumph hat oder welche zum beispiel auch die sat cardinal hat die hier zum beispiel oder die 30er der kann ja auch schon vernünftig angeln also ich sag mal außer jetzt die großen heil wo also außer diese großen fische ja die denn da ich jetzt mal 100 kilo plus werden braucht man eigentlich wenn man eine tagare hat braucht man sich eigentlich keine sorgen machen muss ich jetzt mal so ehrlich sagen also das ist wirklich denn die die conventional und die ganz großen stationär rollen das ist dann halt schon für die endgame fische ja so dann sind wir mit den rollen durch können wir ja noch mal hier brauchen wir nicht gucken das gucken noch mal her nochmal extra monophile schnur da gibt es jetzt neue nylon schnur alles nylon 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 600 meter gehen wir einfach mal direkt drauf hier bis 77 kilo halt die neue nylon schnur 1200 77 kilo hier seht ihr auch schon die dicke 1,25 millimeter ist natürlich heftig monophil ist das ich guck gerade mal fluorocarbon gibt es nichts neues geflochten gibt es halt noch mal sehr interessant die multi color schnur multi color schnur bedeutet dass alle fünf meter sich die farbe ändert dadurch wenn ihr diese schnur nutzt habt ihr halt eine tiefen anzeige die alle fünf meter quasi angibt also 5 10 15 20 meter zeigt euch an wie tief ihr seid was sehr interessant ist zum pilken zum beispiel wenn jetzt der schwarm den ihr seht auf 40 meter ist zeigt das echolot an dann schmeißt du die gute halt meinetwegen 40 meter kubbelt vielleicht noch ein bisschen hoch und pilg dann quasi über leicht über im schwarm oder direkt im schwarm und die geht hier bis 205 kilo ist halt das stärkste was es gibt mal gerade ja 205 kilo stärkste schnüre ja ansonsten gibt es ja halt die nylon schleiche sogar die power braid ja auch bis 205 power braid schnur weiß auch interessant ist alle hier mit den farben 205 kilo ist noch mal 300 meter auch noch mal die multi color noch mal grün 200 bis 205 ok ja das wäre es erstmal so zu den schnüren mal so grob ich habe haken hier ist nichts neues bei den normalen haken kraft machen ist klar offset ist klar drillinge sind zwei neue dazu gekommen nach dem etalon der geht hier bis 14 0 der haken der hier geht sogar bis 16 0 und jetzt geht es weiter leute jetzt geht es heute doppelhaken gibt es noch auch bis 12 0 die köpfe gibt es auch neue er geht hier bis 12 0 250 gramm mega könnt ihr natürlich auch an den an den alten gewässern alles benutzen es geht nur um die routen dass man die halt hier nur an dem gewässer nutzen kann und dazu kommen natürlich auch die köder also die beiden routen und die ganz also das müssen wir noch mal genau gucken welche köder weil hier ist ja meeres haken sind neu gehen auch bis 12 0 aber ich jetzt auch nicht mehr erst mal drauf eingehen aber jetzt kommt die giant bett 700 gramm das ist natürlich fett und die gehen bis 10 0 ok da gibt es 10 0 der hat jetzt hier 80 haken drauf jetzt 80 hier 700 gramm das sind quasi die köpfe für tote köder fische gehen auch gleich noch mal durch den skipper noch mal durch das noch mal zeigen das erst mal die haken der kunst köder gibt es halt echt viele also ist gar nicht wo wir da jetzt anfangen überhaupt gibt es keine neuen folgen flächen jörg beets nicht ich plastik külle gibt es hat hier neue neue sorti fisch bis 42 gramm hier der schwerste ist halt neue 44 33 90 gramm 14 cm bis 25 cm gibt es nichts neues tüger weiter so und die peter die wird man hier steht schon handwerklichkeit pilg montage also die könnt ihr wirklich nur hier an dem gewässer nutzen deswegen diese ganzen köder hier nur am neuen gewässer hier zum beispiel 1000 gramm 26 zentimeter gibt es halt echt viel also peter gibt es hier ohne ende riesige gummifische jetzt bin ich mal gespannt erfordert riesiger gummifisch das ist vom meeresfischen eine fähigkeit geht also wahrscheinlich auch nur hier an dem neuen gewässer 450 gramm mit 8 0 erhaken drauf die kann man vielleicht sogar noch wechseln die haken denke ich mal natürlich richtig fette gummifisch gehört mal das geht hier bis 900 gramm mit und die auch auch 8 damit kann man dann quasi die montage angeln dann gibt es noch die gummi jacks das ist glaube ich da gibt es sogar handwerklichkeit von gummi jacks da gibt es zum beispiel so eine gummi alle ja damit kann man zum beispiel auch rotbarsch habe ich damit jetzt geangelt geht sehr sehr gut die kann man dann noch nutzen hier steht schon kabel aus schärfisch köhler ja wie gesagt rotbarsch hatte ich da jetzt noch mit octopus die kann man auch auf der montage nutzen gehen von 6 gramm 9 zentimeter bis 60 gramm 26 zentimeter auch sehr interessante köder die man halt dazu nutzt zu der montage also zu dem pilger zu dem filet stück da müssen auch gleich noch mal zeigen dann jede gibt es ja noch hier die schrimps zum beispiel sehr interessant 6,5 zentimeter 8 gramm kann ich euch auch nur empfehlen einfach mal ausprobieren also auch als zusatz halt wie gesagt die montage und gucken uns gleich noch mal an dann gibt es hier noch meeres jellywurm seewurm aus silikon flyingwurm okay 15 gramm ja wie gesagt also alle köder kenne ich auch nicht ich bin eigentlich auch also ich war noch nie norwegen angeln oder so im hochseebereich war zwar mal auf ostsee auf ostseedorsch und hornhecht und magrele aber das halt noch mal was anderes wie das jetzt hier alles so lockt mittel gibt es auch noch gibt es hier tubes leuchtperlen alle möglichen farben die man dann noch mal als lockmittel nutzen kann rassel in allen möglichen farben die tubes den leuchtschlauch da muss auch was da alles geht dann gut die glasperlen kennt ihr ja schon die könnt ihr ja schon so natur köder ich glaube da hat sich glaube ich hier erst mal und gleich normal es gibt noch andere köder hier sind zum beispiel makrele und kühler hier müsste das sind die beiden köhler und das sind die beiden makrelen unterschiedlicher größe des 500 gramm aber es gibt auch größere noch glaube ich hatte 73 er ist teilweise noch russische das wird noch übersetzt wie gesagt aber ich zeige euch gleich das noch ein bisschen anders jetzt erstmal nicht gucken ja wie gesagt vorfachmaterial ist auch interessant gibt es jetzt neu leader nylon bis 181 kilo und das ist jetzt quasi die grenze diese 181 kilo sind die grenze dazu gibt es hier auch neue wirbelbleien bis 250 kilo gehen also 191 sollte eigentlich reichen weil wenn man die nylon dings bis dann reicht 191 aber wie gesagt das sind die wirbelbleien das ist quasi das maximale 180 ist quasi dann der schwächste punkt so jetzt geht's los jetzt sind wir hier erst mal soweit alles durch hier ist jetzt nichts neues es ist alles beim alten blieben so beginn mal meeresdeckel also die pilg roten wie gesagt die ocean queen hatte ich euch ja schon mal empfohlen 420 gramm habt ihr gesehen den preis das hier ist die teuerste route die auch schon boni wert hat und wie gesagt das pilg fischen ist quasi leichtes meeresangeln ja also dadurch habt ihr hier auch noch mal 50 prozent ep wenn ihr jetzt mit dem pilg roten alt hier zum beispiel steht auch stationär rolle round profile sind halt die big cars rollen und conventional könnt ihr mit allen nutzen ich guck mal dass bei der hier erst bei der aus so ich glaube das ist bei allen routen so hier beim pilg fischen da könnt ihr wirklich alle routen alle rollen halt nutzen alles so ja wie gesagt die teuerste hat aber leider nur 190 gramm wurfgewicht ist natürlich eingeschränkt wenn wir jetzt hier mal gucken bei den pilgern geht es hier bei 70 gramm 125 180 gramm 49 100 so hier bei 300 ist dann schon wieder ne also hier gehen könnt ihr zum beispiel auf der gut auf der teuersten nicht nutzen und 450 gramm ist dann zum beispiel auch schon wieder zu schwer für die schwerste pilg route heißt hier brauchte quasi eine boots route deswegen ist man am anfang hat müsste eingeschränkt man kann hier die köder nutzen und dann hier unten die zum beispiel alle nicht mehr und genauso ja so ist das erst mal weichplastik köder das hatten wir alles schon das haben wir alles schon durchgeguckt die köder haben wir auch alles schon durch oder kühler fisch das hatten wir auch schon dann muss man quasi ich zeige erst mal die boots routen noch mal das nächste ding also das quasi dann fängt hier auch mit leichten meeresfischen an hier zum beispiel 440 gramm 4600 silber immer alles durch 400 gramm 6798 silber er will 25 das schon mittleres meeresangeln hier schaltet man auch als später frei das konzern auch noch mal angucken 8600 700 gramm auch mittleres 9796 geht nur mit convention zum beispiel sowas gibt es natürlich auch das ist glaube ich bei denen hier noch ist bei allen bootsrouten das alles nur mit convention warte mal wirklich alle nur mit convention krass es ist mir noch gar nicht so aufgefallen in alle nur mit convention da braucht ihr wirklich eine rolle jetzt schweres meeresangeln die gibt es 1600 gramm ist schon sehr gutes wurfgewicht das sollte erst mal eine weile erreichen 15.897 silber er will 28 gehen durch die convention krass es ist mir jetzt kam mittleres meeresangeln 125 kilo 16.200 silber gerade 2000 gramm das schon mehr schweres meeresangeln schweres meeresangeln schaltet übrigens erst bei 100 prozent freiner das müsst ihr euch auch erst mal ja also 100 prozent erst mal im skill baum haben wird schon mit schon doll da haben wir die hier schon das ist auch noch mal schweres das ist mittleres gehen schon über 20.000 ja also braucht ihr auf jeden fall später eine convention rolle so viel steht schon mal fest 800 gramm mittleres 21.000 30 jetzt auch power 10 von 10 ist gut so und jetzt kommt die top gute jetzt kommt die top gute jetzt los mit mittleres 1400 2002 51 42 25 ja und die top gute 218 kilo mit dem höchsten wurfgewicht wäre es meeresangeln power 9 von 10 32 kostet 36.896 silber das ist erstmal ein brett aber wie gesagt darüber braucht ihr euch erst mal keine gedanken machen weil ich zeige euch jetzt hier noch mal den skill baum also am anfang habt ihr leichtes meeresfischen ist automatisch frei so genau dann kommt hier relativ spät die mittlere bootsroute hier genau hier ist die leichte bootsroute hier geht es quasi los wird los mit denen ab hier bräuchte man quasi conventional rolle weil die leichte bootsroute könnte haben wir gerade gesehen nur mit convention rolle dann kommt die mittlere und zum schluss kommt hier die tote köderfisch montage und die schwere bootsroute also schwere bootsroute wird er denn 100 prozent sein tote köderfische weiß ich nicht wahrscheinlich kurz davor ja soweit dazu das wollte ich euch erst mal zeigen ja so wir gehen noch mal mehrere steckl also wenn man jetzt hier gute zusammenbaut braucht man halt meeres vorfächer schocklieder die stellen können sie gesagt selber herstellen auch mit dem vorfach material und mit den wirbeln meeresbleie gibt es hier noch etliche 1000 gramm von 150 bis 1000 gramm oder hier zum beispiel und dickes meeres bei so eine kugel 200 bis 800 gramm die meeresbleie meeresbleie mit rassel auch sehr interessant mit den rasseln auch bis 1000 gramm das kommt quasi alles so zusätzlich daran das ist das hatten wir alles schon einmal schon durch so jetzt wollte ich euch noch mal kurz zum ende noch mal die anderen kühler zeigen also es gibt hier halt noch mal die ist es nicht war doch hier oder doch hier war jetzt hier der laden ihr wechselgeschäft genau hier ist quasi euer wechselgeschäft da gibt es jetzt auch nichts neues oder haben wir hier zum beispiel den bjords bait shop und gucken so mal kurz an also kleines filet kühler makrele also alles was kühler und makrele ist könnt ihr ja auch wenn ihr makrelen und kühler fangt selber herstellen herring alles was jetzt hier herring ist müsste quasi für gold kaufen also herring könnte nicht selber stellen aber kühler und makrele kann man selber herstellen funktioniert auch sehr gut dann gibt es hier zum beispiel kleines filet filet streifen großes filet und riesiges filet also heilboot zum beispiel gehe ich zum beispiel mit riesigen filet das zeige ich euch gleich nochmal wie man das herstellt so garnele ist ein silberköder einer der besten köder hier in dem spiel sehr fängig seeringelwurm gibt es noch wattwurm das probiere ich morgen gut morgens da das probiere ich auch nochmal aus jacobs muschelfleisch die könnt ihr auffangen dann umwandeln oder halbe gold kaufen muschelfleisch das gleiche und dünnenpüschfleisch auch und dann gibt es jetzt die köderfische jetzt wollte ich euch mal zeigen der größte köderfisch der ist jetzt okay ja genau der ist der 39 39 1,1200 gramm es müsste die makrele sein wenn ich jetzt nicht täusche aber es gibt auch der kühler geht dann hier bis der das ist der herring der gibt es 36 cm das ist die makrele bis 35 ok also dieser ist halt nach russisch deswegen kann ich das noch nicht so genau aber es muss ja hier irgendwo muss auch der kühler sein aber das ist hier die makrele der hier ist ausverkauft mit 1,5 kilogramm genau das müsste akrele sein bis 16 0 erhaken aber ich sage es ist noch nicht alles übersetzt aber es gibt halt wie gesagt diese rei köder war ja jetzt zeige ich noch mal ganz kurz hier bei kunst köder kommen schon mal gucken ist nichts neues drin zum selber herstellen vorfächer wie gesagt der schock leader und das vorfach halt es geht bis 250 der schock leader ist immer zwei meter und dann könnte ich hier quasi entweder die geflochtene oder halt hier die 181 genau mit der mit der geflochtenen seite sogar bei 205 da kommt ja noch mal ein bisschen drüber stimmt das auch nicht verkehrt ja so ich wollte jetzt hier nochmal die ankühler dann kann man hier zum beispiel das makrelen viele herstellen akrelen filet die streifen akrelen großes filet und das riesige filet welche seht ihr auch was ihr dafür braucht wie groß die makrele sein muss dann gibt es hier noch das kühler filet da habe ich auch schon welche hergestellt reifen und so weiter dann gibt es den toten köder fisch halt makrele und kühler und kühler so dann gibt es jetzt hier noch das jakobs muschelfleisch ich glaube das tintenfisch geht gar nicht kann man gar nicht um man das wird auch ein goldkühler seiner isländische kam muschel muss man dafür fangen und ihr braucht das professionelle filetiermesser die höderfische reicht auch das normale filetiermesser ich guck mal für die riesigen reicht auch das normale ok so für das muschelfleisch braucht ihr natürlich auch das professionelle da brauchen die gemeinde mies muschel also tintenfisch ist hier gar nicht mit drin also tintenfisch ist ein goldköder hier und also tintenfisch fleisch ist ein goldköder und halt alles was hier mit herringen zu tun hat gut das soll ist glaube ich viel input hier haben wir zum beispiel noch ein getränkautomat kann ich auch noch mal kurz zeigen hier gibt es jetzt einmal 14 90 und einmal von 19 90 gibt es hier halt energy das ist jetzt hier das gute bei dem energy ist die der magen wird nicht wird nicht so voll und die energie geht halt hoch das heißt ihr könnt euch da also zwei energy oder ein schock energy und die energie ist oben und die könnte ich halt noch was anderes rein hauen oder so also der magen wird nicht so gut nicht so schnell voll aber es hat auch teuer 14 silber 90 hier schwarz johannisbeere und dann gibt es hier noch mit rauch geschmack 19 über 90 ja gut das war es denn erst mal das kaffee ist hier ist der fischmarkt und da ist das kaffee und das müssten glaube ich erstmal so die gebäude gewesen sein vielen dank auf jeden fall erstmal fürs einschalten ich weiß das war eine menge input in der nächsten folge gehen wir denn hier im fjord mal ein bisschen auf frequenz war ein paar makrelen und köder angeln das machen wir ganz in ruhe und dann vielen dank erstmal fürs einschalten und dann bis zur nächsten folge euer der worte fring tschüss